ich kann das nicht so gut ich bin nicht der beste wolf aber jetzt hat wohl dass ein wolf zu weit getrieben oder die familie auf jeden fall familie da schlich ein wolf bei michael und familie durch den garten also so heißt der papa da und ja auf jeden fall schlicht der wolf durch 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 das gelände und dann legte sich die familie mit taschenlampe auf auf die lauer weil sie hörten halt dieses kann ich kann ich einen hund kann ich besser machen aber kein wolf so und ja da hat darum geheult der wolf und schlichter durch den garten also ist ganz interessant vielleicht schließen die freundschaft oder füttern ihn oder das soll man ja nicht machen man soll ja jetzt nicht die wilden tiere da anfüttern aber ist schon interessant also die die wölfe haben berlin erreicht